Jo, hier ist Mr. Mike. Heute mal wieder ein bisschen representen und zwar, sowas mache ich ja echt recht gerne, ich habe auf Instagram, da könnt ihr mir übrigens auch gerne folgen und mir auch da schreiben, das ist immer das Beste, bloß nicht auf YouTube schreiben, da kriegt ihr überhaupt nichts mit, Facebook ist auch sehr anstrengend übers Handy und wenn man unterwegs ist mobil, Instagram ist immer noch die beste Adresse zum Schreiben, aber auch nicht wütend werden oder sauer werden, wenn ich nicht gleich zurückschreibe, ab und zu ist da echt ziemlich viel los und dann kann ich nicht gleich schreiben, bin auch in der Arbeit, muss arbeiten, also ja. Ja, jedenfalls, jetzt geht es zum Represent und zwar hat mir Armin, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, nicht Armin, Armin, ja, okay, 16 Jahre ist er alt, 2 Meter und 3 und der hat mir ein paar nette Dunks geschickt und für das Alter, für 16 Jahre und 2 Meter 3, schon ganz schön krass, also in meiner Jugend hatten wir solche Spieler nicht am Start, also schon ziemlich krass, wie er sich den L hier ins Backboard gibt und ja, ich zeige euch einfach hier mal was. Also finde ich schon beeindruckend für 16 Jahre und jetzt bloß keine Kommentare, so kann der auch spielen oder ist es nicht beeindrucksvoll oder irgendwie sonst was, so ein Schwachsinn würde ich gar nicht hören. Und vor allem kommen solche Kommentare immer von Leuten, die auf ihrem Kanal nichts von sich irgendwie zu zeigen haben, keine Videos am Start, die sind einfach nur am Labern, also lass das bitte bleiben, ein bisschen Liebe zeigen, finde ich richtig cool. Vor allem in Deutschland, wisst ihr ja selber, es ist geil, wenn jemand sowas schon drauf hat in 16 Jahren, auch natürlich so die Größe hat. Ich habe letztens auch ein Gewinnspiel gemacht, der größte Abonnent bei mir, der gewinnt was, ja, hat einer gewonnen, der ist 5 Meter, ich glaube, da kommt keiner ran, ich habe noch keinen Beweis bekommen, aber glauben wir je mal. Ja, so viel dazu, okay, ja, es ist krass und ich finde es cool und Dunks sind schon beeindruckend, finde ich und ja, keine Ahnung, spielen in das Landesliga, wo er jetzt herkommt, weiß ich gar nicht mehr, wir haben mich jetzt nicht mehr informiert, ja, kommentieren einfach und ich finde es echt cool. Und wenn ihr irgendwas habt, mir mitteilen wollt, irgendwelche coolen Sachen habt, Spielszenen von euch, ein Dank oder so, immer her damit, also ich finde das cool, freue mich echt, wenn ich jemanden so ein bisschen repräsentieren kann und so, das ist echt cool, derjenige freut sich bestimmt auch, wird hier ein bisschen gesehen und so, ja, Community einfach, so sollte das laufen, finde ich, also immer her damit. Ja, war schon wieder, vielen Dank, oh, eins habe ich noch und zwar, ich habe auch letztens ein Video gemacht über das Mr. Mike Production Shirt auf NBA 2K18 und wie ich es jetzt gesehen habe, hat das über 107 Stimmen bekommen, also kann man das jetzt anscheinend offiziell kaufen im Store, im Playstation und Xbox Store, so habe ich das verstanden, also ich habe das Spiel zur Zeit nicht, ja, ich habe das Spiel nicht, ich mache trotzdem Werbung dafür so in der Art und will ein T-Shirt da von mir drin haben, ja, aber ich hole es mir bestimmt auf jeden Fall noch und dann rocke ich mein eigenes T-Shirt und es ist richtig fett und dann sage ich auch mal, vielen Dank für alle, die gevotet haben und an denjenigen, der das T-Shirt erstellt hat und überhaupt das ins Rollen gebracht hat, echt coole Sache, freue ich mich, echt abgefahren, das ist das Erste, was ich mir kaufe dann in dem Spiel, ja, okay, das war es jetzt, vielen Dank fürs Zuckau, komm, bis der Mike, büüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.